Haut euch das Geld doch auf den Bauch, dass es nur kimpert und scheppert. Das hat Tradition und ist alter Brauch. Am Ende fragst du dich, bist du deppert? Sie sind zurück, motiviert durch den großen Publikumserfolg. Romy Auszeichnung inklusive legen unsere Comedians mit einer neuen Staffel wieder los. Bist du deppert? Ab 3. Mai. Puls 4. Wir haben jetzt zum nächsten Mal.